Guten Morgen liebe Kletterfreunde, Herzlich Willkommen bei ISTELUTIONS. Ich bin Andi Wohlmann und ich möchte euch heute noch mal zeigen den Umbau von der Buschwerklemme ins Abseilgerät. Das haben wir im Kurs auch mal geübt, ich habe es euch gezeigt, aber es gibt im Nachhinein immer noch mal ein bisschen Probleme, weil das ist eine Sache, die muss man immer wieder üben. Deshalb möchte ich euch noch mal das Video an die Hand geben, dass ihr euch das im Nachhinein noch mal anschauen könnt und schauen, wo ist mein Fehler, warum kriege ich mich nicht so gut ausgebaut, wie es eigentlich sein sollte. Daher, ich habe nochmal das Abseilgerät eingebaut unterhalb der Buschwerklemme, das Gerät ist auch blockiert, also Hebel rechts unten, das ist zu. Ich muss aber auch achten, dass ich ziemlich nah an der Buschwerklemme dran bin und der ganze Trick an der Sache ist einfach, ihr müsst euch gerade hinstellen, um euch auszubauen. Also wirklich den Fuß in die Trittschlinge, Hand steigt damit nicht zu hoch, nicht, dass sie gleich in der Verbindung hängen bleibt, weil ihr immer wieder zu tief kommt, also nicht zu hoch. Wenn ihr euch nicht richtig hinstellen könnt, dann macht die Trittschlinge einfach kürzer, damit ich einen besseren Winkel habe, um mich hinzustellen. So, ich bin schon ein bisschen nachgerutscht, sie ist nochmal ein bisschen bei. Ich trete jetzt nach unten und sehe zu, dass meine Brust an das Seil kommt, damit ich die Brustschwerklemme entlasten kann. Nehme gleich in der Aufwärtsbewegung den schwarzen Hebel in die Hand, öffne das, wenn ich mich hinstelle, nehme das Seil raus, schließe die Brustschwerklemme wieder und setze mich hin. Das ist eigentlich der ganze Zauber dabei. Handsteiglemme ab, Seil rumlenken und dann kann ich abseilen. Übe das am besten auf einen Meter Höhe erstmal. Ihr seht, ich bin jetzt auch nicht wirklich hoch. Ich kann mich zur Not dann nochmal irgendwo draufstellen, umgedrehter Kasten Bier oder eine kleine Trittleiter, dass ich mich im Notfall dann auch da selber wieder ausbauen kann. Wir zeigen euch nochmal ein Close-Up, dann könnt ihr das nochmal ganz genau sehen, was ich da auf der Handgriffe mache. So, hier jetzt nochmal das Close-Up. Also dran denken, Handsteigklemme nicht zu hoch. Wenn ihr euch nicht hinstellen könnt, weil die Handsteigklemme so tief ist, macht die Trittschlinge ein bisschen kürzer, damit ihr einen guten Winkel habt, um euch hinzustellen. Die ist eingebaut, nah an der Bruststeigklemme, Hebel ist rechts unten, ist blockiert. Ich stelle mich hin, greife gleich mit den Fingern hier an den schwarzen Hebel der Bruststeigklemme und in der Aufwärtsbewegung mache ich es auf, schließe es wieder, setze mich hin. Handsteigklemme ab und das war's. Schon kann es wieder runtergehen. Handsteigklemme 1. Vielen Dank.